Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder mit dem ähm der Begründungspark bzw. dem ähm Teamark, daigun heißt er glaube ich. Ähm, ja. So, wir legen auch direkt den Loops. Äh, wie viel Geld habe ich denn? 5.000. Okay. Äh, Veranstaltungen. Habe ich eigentlich schon Chaos? Äh, ja, den hier, hm. Ach, der kostet 500. Der hier. Aufsichtsturm. Ah, das ist der, der da schon steht. Der rutscht auch schon. Okay. Okay. Intensive Fahrgeschäfte. Den könnte ich bauen. Ja, Leute, ich bin immer noch ein bisschen krank, also nicht wundern. Den könnte ich bauen. Aber den packe ich dann hier hin. So. Dann brauche ich hier, ähm, Wege. Warte mal, ich kann doch auch das Ding anklicken, ne? Ich müsste doch auch das Ding anklicken können. Hm, Statistik, Gedanken, Aussehen, ne? Kann ich nicht. Dann muss ich einfach Wege holen. Aber es ist so blau. So. Öffnet. Das hier ist wieder der Ausgang. Kommt man hier wieder zurück. So. Okay, dann mache ich das Ding weg. So. Perfekt. Perfekt. Boah, Junge. Hm. Den könnte ich auch noch hier machen, tatsächlich. Aber warte mal. Ich mache das anders. Bestände. Eise. Oder Eiscuille. Ne? Dann kommt die mit Promis hin. Da. Promis. Slush Ice geht auch noch. So. Wir können hier nämlich noch Stände hin. Slush Ice. Heiße Getränke kommt hier hin. So. Und jetzt kann ich erstmal nichts mehr holen. Dann kommt hier Zuckerwatte hin. Und hier kommt anderes hin oder so. Mal gucken. Ja. Ist doch nice. Äh, die brauchen hier eine Mülltonne. Okay. Okay. Habe ich gemocht. So. Okay. Perfekt. Können ihr ja selber mal mit dem hier fahren. So. Oh, Leute. Tut mir sehr leid, dass ich die ganze Zeit wusste. Aber. Geht leider nicht anders. Hui. Okay. Ey, wir, wir, warte. Wir gehen jetzt mal, ähm, hier drauf. So. Okay. Ich bleib sitzen. hört diese leute da schreien anska jetzt dreht es sich so langsam das ist ja nicht gelände ich ausgefallen maler ja man kann das an das ist okay wir können jetzt wieder einen stand hin machen zuckerwatte ob korn bürger jetzt habe ich wieder kein geld ich gehe auch alle direkt hier hin wie teuer ist das denn jetzt 10 11 raus überall 12 12 auch 12 das kostet hier alles 12 so warte dann hole ich mir jetzt noch mal den stand eben hier auch so ok kostet nämlich alles jetzt 12 euro wobei das machen wir auf 10 das kostet nur 10 da hinten wie teuer ist das hier 10 kostet auch 12 ok das kostet 13 das lassen wir so kostet auch 12 12 kostet auch ok und hier gibt es eine info information standard eingang aber kann hier so ja das sieht doch geil aus ja wir können ja mal zu einem anderen park noch hat das ist schon geil aus überall auch so nicht der hat hier auch schon diese bahn gemacht wie teuer ist das 20 20 kostet ist naja gut dann würde ich sagen gehen wir auch mal wieder zurück und das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like, abo und kommenter da schaut auch gerne auf meinem Discord so vorbei ist unten in der videobeschreibung verlinkt haut rein Leute, euer Sun ciao ciao